Ey, das ist richtig krass. Das ist echt cool. Oh, das kenne ich noch. Ah, aber das ist voll der Prank. Ja, weil da so die Dinger da rumslurpen. Das finde ich sowieso sieht immer richtig geil aus. Ja, das ist man von Minecraft auch gar nicht gewohnt. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer Runde von Minecraft Jump World in der The Dropper Edition. Denn hier vorne seht ihr das schon. Herzlich willkommen zu unserer Dropper Map. Es war sehr viel Arbeit. Also würde ich dich bitten, es auch fair zu bewerten. Übrigens, der ist auch dabei. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Hi, Menil. Ich weiß nicht, was da manchmal los ist. Da bin ich so aufgeregt, dass ich dann manchmal vergesse, die Leute vorzustellen. In dem heutigen Pokémon Go Video stand Kedos direkt neben mir. Wir waren auf der Kölner Domplatte. Und ich war einfach so nervös, weil so viele Leute standen da rum. Und ach, Leute, danke an all die tagkräftigen Helfer, ohne dieses Riesenprojekt nie fertig geworden wäre. Leute, Dropper kennt ihr ja. Den ersten und zweiten Teil habe ich vor Jahren mal gespielt. Menil hat das mal in der Virtual Reality Version gezockt. Oh ja, oh Gott. Okidoki, danke an euch alle. Jetzt noch viel Spaß beim Spiel dieser Map. Okidoki, Level 1. Alter Schwede. Oh, ich muss mal ganz kurz. Nein, Menil. Bist du tot? Hallo. Oh, ich habe was falsch rumgestellt. Komm ich auf einmal von hinten. Oh, da fällt P-Dizzle, da fällt er. Ok, das... Das ist noch einfacher. Nein, ich wollte sagen... Hey, Leute, wie geht es euch? Jawohl. Ok, da habe ich schon den ersten Film. Man muss praktisch hier runterspielen. Kennt ihr aus Mario Party, Leute? Wie komme ich denn da rein? Ach, hier geht's. Alter, das weiß ich nicht. Ihr bist aber eben gerade auch runtergefallen. Nee, hier war ich... Ich war tatsächlich oben und bin dann nochmal runtergelaufen. Wie viel wiegt der Big Ben? 13 bringt Pech. Oh, bringt Glück. Korrekt. Nice one. Hinter dir ist ein Tipi. Du musst eigentlich immer nur in der Ticket bleiben. Horace. Ach. Ach so. Lol. Ich muss doch hier durch, oder nicht? Oh, ok, ich bin auch. Ja, eins davon ist ein Durch... Ah, ich habe es. Oh Gott, ich hasse das, wo ich mir Sachen merken muss. Zack. Ist gut? Hä? Ja. Ich habe es. Nein, okidoki. Ach, man muss warten, bis man wieder voll ist. Ach so, stimmt. Man reckt auch... Glaubst du ernsthaft? Ja, das ist es echt. Oh, Leute, ich hatte einfach direkt das Richtige. Und jetzt wieder runter. Okay, man hier... Ach, es sind sogar zwei. Okay, okay, aber was jetzt? Du, du musst... Nein! Ja, der springt da wieder raus. Scheiße! Aber dann sage ich der hier. Ja! Nein, du Hacker! Oh, ich habe zwei... Oh, anderthalb Herzen. Wo bist du denn da? Lein... Reingegangen. Lein... Lein gegangen. Oh, hier komme ich durch. Sauber, ich habe es geschafft. Ey, ich habe... Ich kann das... Ich kann das nicht mehr rekonstruieren. Ach man, wie hilft er mir? Ich kann das wirklich... Ich habe dann nach oben geguckt, habe überlegt. Okay. Alter. Level 3. Ey, wenn ich jetzt sterbe, ne? Das wird Jahre dauern, bis ich bei dir bin. Ich glaube an dich. Wo ist denn hier das? Muss man in die Lava rein? Und dann... Ja! Gut, dass ihr mich belieft hast. Den nächsten habe ich auch geschafft. Erinnerst du dich an den letzten? Wo muss man denn hier rein? Muss ich auf den Teppich? Ich wüsste auch gern, wo ich hin soll. Ach, hier wird man so hochgeschleudert. Wie krass ist das denn? Und jetzt kann man ganz easy going hier einfach so runter. Krass. Ah, das haben sie nice gemacht mit dem Schleim. Und bei dem nächsten musst du auf den Teppich springen. Weil dann wirst du so hochgeschleudert. Das will ich mir jetzt unbedingt angucken. Der kommt da! Ja! So muss ich da umlanden, oder was? Ich weiß es nicht. Ich glaube, man muss hier... Ah, ne, ne, ne. Ich sehe es. Ich sehe es. Bist du Loser. Jetzt nicht vor Kaiseln. Geschafft es. Ey, das ist richtig krass. Das ist echt cool. Oh, das kenne ich noch. Ah, aber das ist voll der Prank. Ja, weil da so die Dinger da rumslurpen. Das finde ich sowieso sieht immer richtig geil aus. Ja, das ist man von Minikraft auch gar nicht gewohnt. Hä? Ich wollte gerade sagen, kann ich dich eigentlich schlagen? Ne, ne, leider nicht. Habe ich schon vorhin die ganze Zeit probiert. Wolltest du mich schlagen? Ne, das war nur ein Prank. It's a prank, Bro! Ja! Okay, das müsste ich doch... Hart, natürlich. Na, rot. Au! Äh! Was ist das? Und jetzt muss ich doch einfach nur... Jawoll! Sag mal, wie geht... Weiter zum Ziel. Noch ein Level Schwierigkeiten. Guck dir das mal an. Begreife gar nicht, was da ist. Doch, doch. Da ist... Ich war drin, ich war drin. Ja, ja. Ja, aber was bringt mir das? Hä? Also, ich begreif's halt nicht mal. Von hier aus... Hier hat nichts mit Können zu tun. Ach so, hä? Ja, aber welchen... Ist es irgendwie... Prank? Leute! Falls ihr das Level mal gespielt habt und wisst, was man hier hätte machen müssen, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir machen jetzt noch ganz... Was? LOL! Was? Als ob! Hier ist ein Teppich dick! Als ob! Guck mal hier, wo ich stehe. Guck mal hier hin! Als ob, wie? Was für ein Prank! Äh, wo geht's hier raus? Ich... Ich hab's gesehen. Genau da. Du musst wieder von vorne. Hier noch ein kleines Jump'n'Run. Ach so! Ach du... Hä? Hast du in dem Portal? Ja, genau. Wenn man im Portal ist... Ach so! Hier muss man noch hin. LOL! Was für ein Social Experiment! Das ist ein richtiges... HAAH! Social Experiment! Er hat mich kurz ein bisschen erschreckt. Bei mir sind auch schon wieder 70.000 Grad hier. Ja, aber du bist ja auch schon alt. Ich bin 90 Jahre alt. 90 Jahre blondes Haar. So stand sie vor mir. Kennst du denn für Rentner-Lieder? Ey, Mann! Opfer! Hoffentlich stirbst du auch. Nee, ich hab's geschafft. Oh, scheiße! Jetzt werde ich Manuel L. Jackson davonziehen. Oh Gott! Oh, ich bin gestolpert! Nein! Und da ist er schon! Ich zieh dir davon! Hopp! Ja! Alter, wie er keine Chance hat, ging nicht? Komm, 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 komm! Manuel ist aber auch einfach... Eine Maschine! ...ein Jump'n'... Ah, Mist! Komm, er muss doch einfach mal... Einmal runterfallen. Manuel! Nein! Hier ist es doch wendig! Richtig dumm! Ja! Nein! Oh Gott! Ich bin doch beim Redstone! Beim Redstone? Ich kann aber jetzt... Ist da Ende? Vielleicht. Oh Gott! Was passiert, wenn man einen Scharf-Jab nennt? Es verändert die Farbe. Oh Gott! Ich guck gar nicht auf die Fragen! Ich renne einfach nur rein! Aber ich hab doch hier... Ah, hier kriegt man Jump-Boost! Wie heißt Concraft das erster Kanal? Junge, Creat... Ja! Co-con-cow-rra! Co-co-co-i-co- Eigeng 네, das war richtig cool! Aktivieren, pfeile Steinköpfe... Ja! Nein! Ja! Map anschauen! Könnte man zwischen dem Zaun und der Mauer... Könnte man zwischen dem Zaun und der Mauer durch? Nein! Hä? Ich verstehe die Fragen teilweise nicht so wirklich! Wer produziert pro Jahr die meisten Reifen Junge, das ist doch egal, Lego, Alter Hier, Lego Zack, welche ID hat das Jump'n'Run Tutorial von Timolia So Leute, ey, komm, wir machen Überspringen das jetzt hier Ah, da sind wir fertig Kleistigste Hälfte, Erik Ich fand, das war insgesamt ganz gut Elek Erok Erbauer, Kylo Auf jeden Fall, tipp, top So, jetzt machen wir noch eine schnelle Map und dann sind wir uns wieder Alright, alright, Party People Wir spielen jetzt nochmal ein bisschen Bad Wars, denn die 200. Folge Steht ja auch kurz bevor Ab in die Mitte So ein ähnliches Level haben wir auf jeden Fall schon mal gespielt Wo man ein bisschen Bad Wars nachzocken sollte Ah, ah Nein Oh, lol Ich dachte gerade erst, wie soll das denn gehen und dann auf einmal Wow Kommt der Sprung des Todes Das sieht aus wie Rustic, oder? Ich kenne den Namen nicht Aber stimmt, erinnere mich auch an eine Map Ja, aber Bad Wars ist da eh generisch Generisch? Junge, du bist generisch Nee, meine Mama Du bist eine Geisha Weißt du, was Geisha sind? Na, natürlich weißt du Also, nein, den Begriff kenne ich, aber ich weiß jetzt gar nicht Das sind auch diese japanischen Mädchen, die irgendwie so in so kleinen Stöckelschülchen rumlaufen Das klingt gerade völlig falsch Und irgendwie Nee, nee, das ist doch eine Tradition in Japan Bist du Verlierer Da hinten hin? Setz dich mal Oh, oh Nein, aber ich wollte so einen krassen Jump machen Ist das richtig? Warte, was steht denn hier drauf? Ah, lol Ja, ich begreife es Nun zum nächsten Team Ja, ja, genau Zum nächsten Team Und dann von Joss wieder zum nächsten Team Ja, aber wer ist denn das nächste Team? Ja Ich verstehe es nicht Ich verstehe den Satz nicht Nee, war richtig Okay Macht auch von der Entfernung her richtig Sinn Ah Jetzt das Bett abbauen Ja, ich habe deren Bett Oh Nur ein bisschen Spaß mit der Rettungsplattform Ja, wenn die Oh Gott, ich bin nicht stolper Wenn die bloß auch tatsächlich so funktionieren würde Die gute alte Rettungsplattform War cool Zack, zack Komm schon Wo geht es hier next? Hey, vor allem, warte mal Kann ich nicht da hin? Wo muss man am Ende hin? Das Bett abbauen Ah Ja, ja Nice one Hätten wir uns nicht einfach mit einer Enerpolder hochwerfen können? In die Mitte, meine ich Ja, man wusste ja nicht Man wusste ja nicht Ja, klar Aber wenn man es jetzt weiß Kann man voll betrügen War auf jeden Fall ganz nett Also ich denke In Sachen Design etc. Ist da noch Steigerungspotenzial Aber Steigerungspotenzial Gibt es für die heutige Folge nicht mehr Denn das war es Leute, wenn es euch gefallen hat Lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da Schaut unbedingt bei German Let's Play vorbei Der ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt Bei dem haben wir auch noch wunderbare Videos Apropos Videos Hier sind auch ein paar Videos verlinkt Und Ja, meine Ja, genau Hört rein Tschüss, tschüss 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 Tschüss